Musik Da wurde der König noch trauriger, denn er hatte keine Hoffnung mehr, sein Schloss und den Brunnen der Fröhlichkeit wiederzugewinnen. So saß er eines Tages wieder auf der Hofmauer und blickte weinend zum Schloss hinüber, wo die Riesen einander gerade die goldenen Kugeln an den Kopf warfen, die sie von den Turmspitzen abgebrochen hatten. Musik Da kam ein junger Bursche des Weges und fragte ihn, warum er weinte. Schau dorthinüber, sagte der König, dann weißt du's. Die Riesen haben mir mein schönes Schloss weggenommen und den Brunnen der Fröhlichkeit verstopft, und keiner ist imstande, sie zu vertreiben. Musik Wirklich keiner, fragte der Bursche. Wie kannst du lachen, wo ich so traurig sein muss, sagte der König erbittert. Was meine Ritter und meine Zauberer nicht geschafft haben, wirst auch du nicht schaffen. Das kommt auf den Versuch an, sagte der Bursche. Was gibst du mir, wenn ich die Riesen wegjage? Ich habe versprochen, dem meine Tochter zur Frau zu geben, der das fertigbringt, sagte der König. Aber ich kann dir nicht denken, wie du das anstellen wirst. Das wirst du schon sehen, sagte der Bursche. Ich muss jedoch dich und deine Leute bitten, alles zu tun, was ich euch sage. Von mir aus, sagte der König mit wenig Hoffnung, was sollen wir also tun? Seid fröhlich, sagte der Bursche, so fröhlich, wie ihr nur sein könnt. Lacht und sinnt und tanzt, dass man es durch das ganze Tal hören kann. Du verlangst viel von mir, sagte der König. Aber da er nichts unversucht lassen wollte, befahl er der Königin und seiner Tochter und allen, die mit ihm im Schloss gewohnt hatten, sogar dem Bauern und seinen Leuten, zu lachen, zu singen und zu tanzen. Und er selbst sprang allen voran, lachte am lautesten, sang am fröhlichsten und tanzte am verwegensten. Zunächst musste er sich dazu zwingen, doch nach und nach merkte er, wie die Traurigkeit aus seinem Herzen verschwand und so machte es ihm schließlich Vergnügen, so fröhlich zu sein, wie zu der Zeit, als er noch in seinem Schloss gewohnt hatte. Als sie den ganzen Tag lang gelacht, gesungen und getanzt hatten, sagte der Bursche zum König, Nun schau einmal hinüber zu deinem Schloss. Da ließ der König für einen Augenblick das Lachen, Singen und Tanzen sein und blickte hinüber auf die andere Talseite. Noch immer hüpften dort die Riesen durch den Garten, Aber es kam ihm so vor, als seien sie beträchtlich kleiner geworden. Das müssen wir uns aus der Nähe ansehen, rief der König und tanzte lachend und singend mit all seinen Leuten ins Tal hinunter bis zum Bach. Da sprang der König über den Bach und alle ihm nach. Lachend und singend tanzen sie den Hang hinauf zum Schlossgarten. Dort lugten sie vorsichtig über die Mauer und da rannten lauter kleine Riesen im Garten umher, die schon beinahe so aussahen wie die komischen Zwerge im Becken des Brunnens. Da mussten alle noch viel mehr lachen und mit jedem Lachen schrumpften die Riesen weiter ein und drängten sich ängstlich auf einem Haufen zusammen. Da kletterte der König mit seinen Leuten über die Mauer und lachte immer lauter über die komischen Männlein, die in seinem Garten standen. Die lustige Gesellschaft lief hinüber zu den ehemaligen Riesen und fand eine Handvoll grämlicher Zwerge, die sich unter den Büschen, die noch übrig geblieben waren, verstecken wollten. Hergeblieben! donnerte der König zwischen zwei Lachshalfen und dann sagte er zu seiner Tochter, sie solle im Schloss Kehrschaufel und Handbesen holen und das Gelichte zusammenfegen. Sie rannte ins Haus und als sie wiederkam, waren die grämlichen Zwerge schon so winzig, dass man sie kaum von den Marienkäfern auf den Rosenblättern unterscheiden konnte. Das sah so lustig aus, dass alle noch viel mehr lachen mussten. Und als die Königstochter alle zusammengefegt hatte, war auf der Kehrschaufel nichts weiter zu sehen als ein bisschen Staub, den der Wind davon blies. die Königstochter im Schloss in den Graben